Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm leistet einen wichtigen Beitrag für die umweltfreundliche Schiene als Verkehrsträger der Zukunft. Heute ist ein wunderschöner Tag, weil bei diesem Durchbruch zwischen Stadt und Fielder lokale, regionale, nationale und europäische Interesse im Mitte des Berges zusammentreffen. Dieses Tunnelstück ist in der Tat ein zentrales Element, die Verbindung zwischen Stadt und Flughafen der neuen Drehscheibe und eben dann Richtung Golbahn beziehungsweise Richtung Ulm und München ein wichtiges Verbindungsstück für eine neue zukunftsfähige Bahn, zweifellos von allergrößter Bedeutung. Und es ist ja wichtig, dass man nach fünf Jahren Bauzeit sagen kann, es war zwar anstrengend, es war zwar laut, die Leute im Kernerviertel in Stuttgart hatten viele Ängste und Sorgen, aber wir sind durchgekommen. 9500 Meter Tunnel in der Zeit bei dem schwierigen Gelände, das es zum Teil gibt, ist ja eine hervorragende Leistung. Der Fildertunnel bettet sich ein in eine prägende Entwicklung unserer Region. Ich persönlich betrachte Stuttgart 21 als Meilenstein und bin stolz auf dieses faszinierende Bauwerk. Stuttgart 21 als Meilenstein Stuttgart 21 als Meilenstein Batte Stuttgart 21 als Meilenstein meget Stuttgart 21 als Meilenstein